Ja, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, ja heute wieder der DAX relativ stark mit viel Momentum heute wieder rausgelaufen. Nachdem wir im gestrigen Handelsverlauf die 13.000 Punkte Marke soweit rausgenommen haben, stehen wir aktuell bei sage und schreibe knapp bei 13.200 Punkte. Und auch da werden wir gleich nochmal in die Chart-Technik etwas näher darauf blicken. Wir haben aber auch entsprechend weitere wichtige Indizes mitgebracht, wie beispielsweise den Dow Jones, die Nasdaq 100 und vor allem Volkswagen und die Adidas, die wir gemeinsam miteinander besprechen werden. Bevor wir aber beginnen, auch hier nochmal der Hinweis um 14.15 Uhr, Börsentäglich, wie gewohnt unter heavy traders.live. Da werden wir grundsätzlich nochmal die Themen ausführlich gemeinsam miteinander besprechen. Das Ganze ist wie gewohnt roundabout knapp 15 Minuten, wo wir dann entsprechend auch zumindest mal auf die aktuelle Ist-Situation nochmal näher darauf eingehen. Bevor wir aber beginnen, ja der DAX knapp bei 13.300, um da nochmal die Einzelwerte uns nochmal etwas genauer anzuschauen. Der Dow Jones knapp bei 26.930 Zähler. Wir haben die Nasdaq 100 bei sage und schreibe bei 11.050 Punkte, nachdem wir in den letzten Tagen um 10.500 soweit notiert haben. Ging es gestern dann wieder schlagartig nach oben raus und vorbörslich legen wir im Moment auch knapp 1% soweit nochmal zu. Ja, Nikkei ebenfalls gut mit einem Prozent, auch der Goldpreis hebt im Moment weiter an, jetzt aktuell knapp bei 1.824 Dollar. Wir haben den Ölpreis ebenfalls mit gutem Aufschlag von 2,7 Prozent und last but not least, der Bitcoin kann ebenfalls auch nochmal etwas zulegen auf aktuell 9.347 oder knapp 1,8 Prozent im Plus. Ja, was waren jetzt so die ausschlagenden Themen? Ganz klar, es geht also hier um den Euro-Gipfel, um die Rettungspakete, um Liquidität, die jetzt hier nochmal stärker sozusagen in die einzelnen Länder fließen soll, um die gesamte EU weiterhin wirtschaftlich zu stimulieren, damit entsprechend auch gegen Corona weiterhin angekämpft werden kann. Das scheint im Moment die Börse relativ positiv aufgenommen zu haben und blickt entsprechend dann auch darauf folgend in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wahrscheinlich, das Ganze dann auch weiterhin zu stabilisieren und entsprechend auch hier die Wirtschaftsschwäche oder den Rücklauf, den wir da im Moment sehen, mehr und mehr und stärker denn je auch weiterhin anzufachen. Aber lass uns da am besten mal einen Blick in den DAX werfen. Wir haben jetzt im Moment den DAX, wie schon gerade eingangs erwähnt, knapp bei 13.300 Punkte. Hier muss man ganz klar sagen, haben wir im Moment einen DAX-Put ja laufen. Der läuft im Moment auch gegen uns, aber auch konservativ mit einem Hebel von zwei. Da liegt das Zertifikat roundabout knapp 14 Prozent oder 15 Prozent im Minus. Da wollen wir schauen, dass wir natürlich heute auch so weit aussteigen, weil das Worst-Case-Szenario, wo wir gesagt haben, ja, so 13.200, das wollen wir dem DAX nochmal ein bisschen einräumen mit Spielraum, ging aber schlagartig nach oben raus und läuft im Moment gegen uns. Und da werden wir definitiv die Reißleine auch so weit erstmal ziehen, um uns von diesem Trade so weit zu verabschieden. Was aber auch nicht so schlimm ist, bedingt dessen, weil wir auch erwähnt haben, wir haben ja auch noch Aktien bei uns mit da drin. Das heißt, wir haben auch gegenläufige Positionen, die relativ gut gelaufen sind, wie beispielsweise eine Volkswagen-Aktie ebenfalls mit knapp 20 Prozent im Plus. Das würde dann auch den DAX so etwas abfedern. Komme ich aber auch gleich nochmal etwas näher darauf nochmal zu sprechen. Blicken wir mal auf den Dow Jones und da sehen wir, ja, der Dow Jones ist etwas schwächer in der Hinsicht gegenüber allen anderen Indizes. Während die Nasdaq 100 Rekordhöchststände schreibt, der S&P 500 weiterhin den Trend ausdehnt. Auf der Oberseite sehen wir, dass wir eher so ein bisschen seitwärts laufen. Heute wieder so ein bisschen der leichte Schub nach oben. Aber gestern sind wir halt nicht so stark von der Stelle gelaufen, wie beispielsweise jetzt der DAX getan hat oder die Nasdaq 100 oder der S&P 500. Da scheint es also im Moment noch von den Werten, die hier beim Dow Jones gelistet sind, noch nicht wirklich viel mit Kraft und Momentum nach oben raus zu gehen. Da bleiben wir auch mit unserem PUT-Zertifikat im Moment auch drin und schauen uns das ebenfalls die nächsten Tage ebenfalls so weit an. Ja, Nasdaq 100, ich habe das mal mit einer Linie mal versucht, so weit zu erklären. Wir waren senkrecht nach oben raus seit Corona tief. Das ging also nicht nur v-förmig zu den alten Rekordhöchstständen, also um knapp 9700 Punkte, sondern wir sind einfach oben raus, kurz mal zurückgesetzt und von da aus schnurstracks nach oben raus. Und ja, wir befinden uns jetzt im Moment, das ist schon ziemlich beeindruckend, knapp bei 11.040 Zähler. Also das Hoch war ja heute knapp bei 11.060. Wir haben das, glaube ich, marginal mit einem Punkt, mit einem neuen Rekordhoch soweit bestätigt. So, die Volkswagen, das ist nämlich genau das Thema, die liegt jetzt bei uns, wie gesagt, mit knapp 20 Prozent im Plus. Der DAX ist im Moment knapp mit minus 15 Prozent im Plus, würde sich so ein bisschen ausgleichen. Wir haben aber auch weiterhin die TUI, wir haben eine Lufthansa, wir haben noch andere Einzelwerte ja bei uns hiermit soweit aufgenommen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen, okay, welche Variante wir hier jetzt bevorzugen, werden wir Werte, die im Minus sind, mit Werte, die im Plus sind, soweit ausgleichen, damit das so ein bisschen als Hedge-Funktion auch dient, um die Position dann auch abzubauen. Oder werden wir eventuell den DAX lediglich auflösen und eventuell dann nur die Volkswagen laufen lassen. Also da werden wir uns heute nach der Sendung hier im gesamten Team nochmal beraten und besprechen, um dann aber auch zu schauen, wie wir dann die Entscheidungen soweit treffen und vor allem dann aber auch die Umsetzung der Trades zumindest an die Plus-Mitglieder soweit weitergeben. So viel erstmal aus der Chart-Technik. Deswegen kurz und knapp, schaltet auf jeden Fall rein, 14.15 Uhr. Da werden wir nochmal alles aufgreifen und schauen, wie sich die Märkte entwickeln. Wenn sie jetzt im Moment weiter nach oben laufen, ist es nicht so schlimm. Wir haben noch Einzelwerte demgegenüber, die im Moment auch dann stärker performen. Alles Weitere besprechen wir 14.15 Uhr und da sehen wir uns dann in unserem Livestream unter heavytraders.live. In diesem Sinne, bis gleich.